Wir können uns Menschen so bauen, wie wir wollen. Jedenfalls sind wir kurz davor. Die Allzweck-Genschere dafür und Superstar der Biotechnologie heißt CRISPR-Cas9-Technologie, kurz CRISPR. Die Euphorie ist groß, Erbkrankheiten und Krebs könnten damit geheilt werden und menschliche Embryonen wurden mit CRISPR bereits verändert und genau das macht vielen Angst. Euer Themenvorschlag über WhatsApp, hier die aktuelle Situation bei Clixoom Science & Fiction. Herzlich willkommen und vielen Dank für den Themenvorschlag. Wie ihr zu WhatsApp kommt und dort Themenvorschläge machen könnt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Fangen wir mit den Erfolgsmeldungen und positiven Seiten von CRISPR-Cas, dem neuen Allzweck-Werkzeug der Gentechnik an. Kurz noch einmal zur Erklärung. Mit dieser Methode lassen sich ausgewählte Gene einfügen, ausschalten oder auch umschreiben und zwar sehr einfach. Es funktioniert ganz simpel wie eine Schere. Erst im August 2017 kam dann das Unglaubliche heraus. Wir Menschen sind in der Lage, gezielt in die Evolution einzugreifen. Kaputte Gene raus aus dem Körper, gesunde Gene rein und schon ist die Erbkrankheit besiegt. Oder viel schlimmer, wir bauen uns den Supermenschen mit einer einfachen und effektiven Technik. Unvorstellbar. Doch genau das ist jetzt einem US-Wissenschaftsteam an menschlichen Embryonen gelungen. Das Forschungsteam aus Portland befruchtete in ihrem Versuch gesunde Eizellen mit Spermien eines Spenders, der an einer Herzmuskelschwäche litt. Sie spritzten nicht nur die Spermien, sondern eben auch entsprechende CRISPR-Proteine in die Eizellen. Diese sollten den kaputten Ausschnitt, der die Erbkrankheit auslöst, ausschneiden und durch einen gesunden Abschnitt ersetzen. Und tatsächlich. In 42 von 58 Embryonen war der Gendefekt behoben. Wow. Doch nicht zu 100 Prozent, denn dieser Versuch hat, genau wie vergleichbare Experimente, deutliche Schwächen. Und die sind nicht ohne. Konkret war bei dem Experiment etwas seltsames passiert. Nicht der künstliche DNA-Schnipsel der CRISPR-Proteine wurde in die Embryos eingebaut, sondern der gesunde Schnipsel aus der natürlichen Eizelle, der eigentlich als Kopiervorlage zur Reparatur diente. Zugespitzt formuliert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen nicht, was sie da getan haben. Ähnliche Versuche mussten frühzeitig abgebrochen werden. Es gab viel zu viele ungeplante Genveränderungen, die ungeahnte Konsequenzen mit sich bringen könnten. Den Tod der Embryos, Fehlbildungen, Krebs oder andere Erkrankungen. Und das ist das riesige Problem von CRISPR. Zu viel geht im wahrsten Sinne des Wortes daneben. Zu viel wird auch an anderen Stellen des Erbgutes verändert. Und das zum Teil ziemlich unkontrolliert. Trotzdem zeigt der Versuch des US-Forschungsteams, dass gentechnisch modifizierte Kinder keine Zukunftsmusik mehr sind, sondern wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Weitere große Hoffnungen setzt das Forschungsteam in die Behandlung anderer bislang unheilbarer Krankheiten, um beispielsweise mit Hilfe einer Gentherapie überzählige Chromosomen gezielt zu entfernen. Und das ist wirklich was eigentlich super Positives. In einem japanischen Experiment wurde jetzt gezeigt, dass das Genwerkzeug tatsächlich auch anders kann. Statt die gewohnte Feinarbeit gab es ein regelrechtes Gemetzel. Und ja, es grenzt schon an eine Sensation. Denn dem Forschungsteam ist es gelungen, ein komplettes Chromosom im wahrsten Sinne des Wortes zu pulverisieren. Dafür züchteten sie im Labor Zellen eines Menschen mit Trisomie 21, auch das Down-Syndrom genannt. Ihr habt es vielleicht mal im Biologieunterricht mitbekommen. Bei dieser Erkrankung liegt das Chromosom 21-3 statt zweimal vor. Bislang gibt es keine Möglichkeit, die Erkrankung noch im Mutterleib zu behandeln. Doch das Experiment aus Japan macht tatsächlich Hoffnung, dass dies demnächst möglich sein könnte. Vielleicht sogar während der Schwangerschaft. Auch andere Krankheiten, wie beispielsweise das Kleinfelter-Syndrom, bei dem ein zusätzliches X-Chromosom vorliegt oder das sogenannte XY-Syndrom könnten so behandelt werden. Dieses Ergebnis ist tatsächlich ein Hammer und vielleicht sogar der Anfang eines neuen Zeitalters. Doch realistisch gesehen ist diese Methodik noch nicht wirklich bereit für die Praxis. Denn es gibt viel zu viele Schnitte an Stellen, die so ganz und gar nicht gewollt sind. Nicht vorstellbar, was passieren würde, wenn in einem lebenden Organismus die falschen Chromosomen zerstört würden. Zudem ist die Effizienz mit einer Erfolgsquote von 40 Prozent bisher zu gering. Ein weiterer Forschungsbereich, in dem die CRISPR-Cas-Technologie eine große Rolle spielt, ist die Organtransplantation. Auch über dieses Forschungsergebnis hatten wir bei Clixoom Science & Fiction berichtet. Mit einem internationalen Forschungsteam war es im letzten Sommer gelungen, eine Hürde für die Transplantation von Schweineorganen in Menschen zu eliminieren. Der Mensch wird mit solchen Organen zur Chimäre, zum Mischwesen aus zwei Organismen. Ein großer Erfolg, denn Forschungsteams weltweit forschen daran, dass auch Tierorgane Menschen helfen könnten, die nur noch durch eine Organspende die Chance haben weiterzuleben. Auch Schweine kämen als Organspender für uns Menschen in Betracht. Sie sind ja uns sehr, sehr ähnlich. Doch Ende der 90er Jahre wurden Viren im Genom der Schweine identifiziert, die wohl gefährlich für den Menschen sein könnten. Diese Porsinen-Endogenen Retroviren, kurz PERF, so heißen diese Viren, könnten dort Immundefekte und Krebs verursachen. Einem internationalen Wissenschaftsteam ist nun das gelungen, woran viele andere vor ihnen gescheitert waren. Natürlich mit der CRISPR-Methode, sie hatten rund 30 Ferkel erschaffen, die frei von diesen Retroviren waren. Jetzt plant das Forschungsteam, den PERF-freien Schweinestamm weiterzuentwickeln, um damit dann sicher und wirksam das Schweineherz in einen Menschen zu verpflanzen. Der Fachbegriff dafür ist Xenotransplantation. Noch gibt es zahlreiche Schwierigkeiten zu überwinden. Bislang konnten Primaten nicht lange überleben, denen Gentechniker Schweineorgane eingesetzt hatten. Alle der sehr wenigen Versuche, Schweineherzen dem Menschen zu transportieren, sind ausnahmslos gescheitert. Denn das menschliche Immunsystem bekämpft fremdes Gewebe, selbst das von anderen Menschen. Das Studienergebnis klingt sicher erst einmal spannend, doch viele Fragen bleiben noch offen. Abzuwarten bleibt beispielsweise, wie lange die gezüchteten Ferkel ohne die Retroviren im Genom überleben werden. Bis jetzt weiß man nämlich noch nicht sicher, ob sie diese zum Überleben brauchen. Aber was ist, wenn sie weiterleben und dann noch einen Weg gefunden wird? Die Schweineherzen gentechnisch zu verändern? Zu diesen ganzen Fragen kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Der moralische. Sind Schweine als Ersatzteillager für Menschen vertretbar und wo führt uns das alles hin? Viele, viele Fragen und noch viel zu wenige Antworten. Denn das Problem ist, dass die meisten Menschen außerhalb der Wissenschaftswelt zu wenig über diese Technik wissen, um ihr Potenzial, ihre Chancen und vor allem auch ihre Risiken abzuwägen. Der Ethikrat plant zwar eine Stellungnahme zu den Eingriffen mit der Genschere in die Keimbahn. Doch muss es viel mehr Debatten zu diesem Thema, ähnlich wie zum Klimawandel oder der Atomenergie geben. Wir müssen dringend reflektieren, welches Risiko wir eingehen wollen und dabei auch an die nachfolgenden Generationen denken. Und hier ist die Politik gefragt. Denn im medizinischen Bereich herrscht bezüglich der Genschere eine Art Goldgräberstimmung, die abheben lässt. Zudem fließen Milliarden von Forschungs- und Investitionsgeldern ein, die die Euphorie noch größer werden lassen. Allerhöchste Zeit also für die Gründung einer offiziellen Institution, die das Ganze überwacht und regulieren kann. Und jetzt der Hammer. Keine Werbung mehr auf Klicksoom. Wir haben ja schon angefangen. Immer mehr Videos sind werbefrei. Dank eurer Hilfe. Immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor einem Video ab. Werdet also Mitglied hier unter dem Video draufklicken und ihr bekommt noch exklusive extra Videos, Livestreams und noch ein paar weitere Privilegien für einen kleinen Beitrag. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Da könnt ihr auch Themenvorschläge machen wie diesen hier und ihr bekommt den Link zum aktuellen Video deutlich vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy einfach hier draufklicken. Und da drunter geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, werden Gen-Soldaten jetzt Realität. Bis dann. Bleibt dran.